Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Ja, ich stehe immer noch auf dem Teleporter und wir schauen mal, dass wir... Oh, ich kann gar nicht mehr laufen. Und alles kopiert, was es findet. Okay. Wir sollten uns besser beeilen. Und keine Sorge wegen des Schlauchs, der da rumwackelt. Der ist nur da als Verzierung. Okay, suche nach dem Institutssignal. Gerne Radiobereich. Also. Neif die Arschbacken zusammen. Okay. Ach du Scheiße. Oh, ich sehe Blutflecken auf dem Visier. Das ist kein gutes Zeichen. Ach du Scheiße. Wir sind im Institut. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Einfach mal so ins Institut rein. Okay, das sieht schon mal... Ja, das sieht schon mal ziemlich krass aus. Computerterminal. Hoch. Ach, ach. Ah, ja. X324 Bestätigung. X34 VR. Bla, 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 bla. Fehler, Signal, umgeleitet. Ach so. Ja. Hä? Ich kann doch sonst nichts machen hier, oder? Nö. Ach, Missionsparameter werden ausgeführt. Ah, Moment. Kurz warten. Jetzt macht er... Nichts mehr. Alles klar. Er ist immer noch markiert, aber... Alter. Einfach mal so ins Institut rein. Mann, 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 Mann. Oh Mann, 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 Mann. Ich bin sowas von... Ich bin sowas von gespannt. Ich bin sowas von gespannt, was wir... Was uns hier erwartet, weil ich meine, das ist ja doch nochmal eine ganz andere Hausnummer, als wenn ich jetzt irgendwas plündern gehe im Commonwealth. Und die Frage ist natürlich trotzdem, obwohl wir jetzt hier sind, immer noch... Wo sind wir? Aber ich meine, wir sind im Institut, aber wo ist... Hallo. Vater? Ich habe mich gefragt, ob du es schaffen wirst. Du bist ziemlich einfallsreich. Was? Nimm mich, Vater. Das Institut wird von mir geführt. Oh, nein. Ich weiß, warum du hier bist. Ich möchte mit dir reden. Von Angesicht zu Angesicht. Geh bitte in den Aufzug. Oh, Mann. Wenn irgendwo diese... Alter, wie geil. Wie krass. Wenn irgendwo diese Stimme zu hören ist, dann ist das nie was... Verdammt. Ah, verdammt. Diese Grundstimme spielt immer das Arschloch. Sagen wir mal ehrlich. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich gehe erst nochmal, mich umschauen, ob hier noch irgendwas anderes ist. Und er weiß über uns Bescheid. Tja. Der will uns auf jeden Fall nichts Gutes. Ach so, da können wir jetzt auch nicht mehr rein. Ah, okay. Tja, dann in den Aufzug. Oh, Mann. Alter, das ist so krass eigentlich hier, ne? Boah. Hä? Äh, muss ich jetzt einfach warten? Ach so. Oh, oh. Oh. Der spielt immer das Arschloch. Willkommen im Institut. Ich glaube dem nicht. Der spielt immer das Arschloch. Das ist die Realität des Instituts. Dieser Ort. Diese Leute. Unsere Arbeit. Seit über 100 Jahren widmen wir uns dem Überleben der Menschheit. Jahrzehnte der Forschung. Unzählige Experimente. Und Hürden. Eine Vision, wie die Wissenschaft die Zukunft formen kann. Es war nie einfach. Und unsere Aktionen werden von denen über der Erde oft falsch interpretiert. Eines Tages können wir Ihnen vielleicht zeigen, was wir geleistet haben. Bis dahin müssen wir im Untergrund bleiben. Das Risiko wäre einfach zu groß. Wie du gesehen hast, sind die Dinge um, äh, instabil. Ich möchte dir erzählen, was wir tun können. Für alle. Aber das kann warten. Du bist aus einem bestimmten persönlichen Grund her. Wegen deines Sohnes. Oh yeah. So, und darüber will ich ja gerade auch mal ein bisschen reden. Und zwar, ich kann mir schon vorstellen, dass uns wahrscheinlich gleich gesagt wird, hey, das Institut ist voll super und so, bla bla bla. Du hast voll den falschen Eindruck, bla bla bla. Und dann stimmt das eventuell sogar. Also, äh, fürs Erste stimmt das dann. Die Frage ist trotzdem noch offen, warum sie Leute entführen. Warum entführen sie Leute? Ich meine, gut, bei unserem Sohn muss ich irgendwo sagen, ich verstehe es. Also, ich kann es irgendwo verstehen, also nicht nachvollziehen, dass sie ihn entführt haben, um Gottes Willen. Aber ich sehe zumindest den Grund, warum sie ihn entführt haben. Weil der nun mal über 200 Jahre alt ist. Auf der anderen Seite, naja, auf der anderen Seite, ganz ehrlich, das mit den Kyrokapseln, das ist ja jetzt eigentlich nichts Besonderes in dieser Welt, muss man auch dazu sagen, ne? Also, ist es vielleicht doch nicht der Grund? Nee. Nee, dann ist es vielleicht doch nicht der Grund, ne? Ich weiß es nicht. Also, ganz ehrlich, warum entführen sie Leute? Uns wird 100 pro, ich meine, der hat uns ja gerade schon gesagt, wir hätten den falschen Eindruck und so. Und wahrscheinlich will einem das Spiel jetzt auch den Eindruck vermitteln, dass die voll super sind und so. Aber, ich kann es mir nicht, wo ist Nick eigentlich? Ach, ja, klar, ja, Nick ist natürlich nicht so mit in den Teleporter, ist ja klar. Aber ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen, ganz ehrlich. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt irgendwie total super drauf sind oder so. Oder, naja, dass die halt vielleicht schon super drauf sind, aber dann im Endeffekt wird sich herausstellen, ja, sind da doch voll die Arschlöcher. Und es ruckelt. Was ist denn das? Alles mal mitnehmen. Boah, das Modernste hier von dem ganzen Zeug. So, was ist... Alter. Alter, das ist mein Sohn. Alter, das ist mein Sohn. Oder? Ja, das ist mein Sohn, Alter. Alter. Alter, wie... Die sperren den da einfach ein in so ein kleines Zimmer, Alter? What the fuck? Und der will mir jetzt echt noch sagen, hier, dass die voll super sind oder was? Äh, Alter, ganz ehrlich. Alter, das darf nicht wahr sein, Alter. Das geht nur mit deinem Schlüssel auf. Alter, das darf doch nicht wahr sein. Die können den doch nicht einfach so hier einsperren. Oh. Äh. Was? Ja, ich bin Sean. Sean? Oh mein Gott. Du bist es wirklich. Wer, wer bist du? Hm. Sean. Ich bin's. Ich, ich bin dein Papa. Vater, was ist los? Was geschieht hier? Äh. Ja, ich bin's. Vater, dein Papa. Ich bin hier, Sean. Ähm. Was soll ich tun, Sean? Was kann ich tun? Ich kenn dich nicht. Geh weg. Vater, Vater, hilf mir. Hier ist jemand. Hilf mir. Sean, bitte beruhige dich. Ich hol dich hier raus. Vater, Vater, hilf mir. Er will mich entführen. Vater, Vater, hilf mir. Was? Sean, S9, 23, Rückrufcode, Sirrus. Faszinierend, aber enttäuschend. Das Kind hat überhaupt nicht wie erwartet reagiert. Er ist nur ein Prototyp. Erst jetzt befassen wir uns mit den Auswirkungen extremer emotionaler Reize. Bleib bitte unvoreingenommen. Ich sehe, beginnen wir von vor. Oh, nein. Ich bin Vater. Willkommen im Institut. Ich könnte dich töten. Gleich hier. Gleich jetzt. Ja. Das könntest du. Und ich könnte dich nicht aufhalten. Ich mache es ganz einfach. Wo ist mein Sohn? Er ist hier. Im Institut. Näher, als du denkst. Aber du musst erkennen, dass diese Situation weitaus komplizierter ist, als du es dir hättest vorstellen können. Du bist weit gereist und hast viel erlitten, um deinen Sohn zu finden. Deine Hartnäckigkeit und dein Engagement wurden belohnt. Schön, dich endlich zu treffen. Nach dieser langen Zeit. Ich bin's. Ich bin... Ich bin... Was? Dein Sohn. Wie ist das überhaupt möglich? Ich weiß. Das ist ganz schön viel. Im Vault hast du nicht mitbekommen, wie die Zeit vergeht. Du bist aus der Kapsel gekommen und hast deinen verlorenen Sohn gesucht. Aber dann hast du erfahren, dass dein Sohn ein zehnjähriger Junge ist. Du hast geglaubt, dass zehn Jahre vergangen wären. Ist es so schwer zu akzeptieren, dass es 60 Jahre waren? Das ist die Realität. Hier bin ich. Vom Institut großgezogen. Und jetzt sein Anführer. Alter, das ist gerade zu viel. Alter Schwede. What? Alter. Sie haben dich gestohlen. Entführt. Das war nicht richtig. Richtig. Falsch. Irrelevant. Es war notwendig. Für das Institut hing davon die Zukunft der Menschheit ab. Damals, im Jahr 2277, hatte das Institut große Fortschritte bei der Synth-Produktion gemacht. Aber das reichte nicht. Wissenschaftliche Neugier und das Streben nach Perfektion trieben sie an. Was sie wollten war die perfekte Maschine. Also folgten sie dem besten Beispiel, dem Menschen. Er geht, spricht, kann sich ausdrücken, ist zu allem fähig. Menschliche Synths? Wirklich? Menschen-ähnliche Synths. Ein großer Unterschied. Das Institut wollte synthetisch-organische Wesen erschaffen. Der logische Ausgangspunkt war natürlich menschliche DNS. Es gab reichlich, ja. Aber es war alles veruneinigt. In diesem Ödland war jeder von der Strahlung betroffen. Trotz ihrer Versuche, sich vor der Welt da oben zu schützen, wurden Institutsmitglieder der Strahlung ausgesetzt. Sie brauchten eine neue Quelle. Dann hat das Institut mich gefunden, nachdem es Aufzeichnungen aus Volt 111 entdeckt hatte. Ein Säugling. Sie waren eingefroren und geschützt vor den Mutationen, die sich in jede andere menschliche Zelle im Commonwealth eingeschlichen haben. Sie brauchten mich. Meine DNS war die Grundlage der synthetisch-organischen Lebewesen, aus denen alle menschenähnlichen Synths hergestellt wurden. Ich bin ihr Vater. Durch Wissenschaft vereint. Die Synths. Ich. Und du. Ach du Scheiße. 60 Jahre. So viel Zeit. Verschwendet. Ich weiß. Du hast bestimmt Fragen. Bitte. Nur zu. Ich möchte dir helfen zu verstehen. Kellogg. Hat für dich gearbeitet? Kellogg. Als ich hier ankam, war er schon lange beim Institut. Erst als Direktor erfuhr ich von den Dingen, die er getan hat. Davon. Was für ein Mensch er war. Was für ein Mensch er war. Er war ein Mörder. Er hat deine Mutter getötet. Glaubt mir, ich kenne Kellogg's Grausamkeiten. Wahrscheinlich gibt es noch viele weitere, von denen wir nie erfahren werden. Das Institut hat Kellogg's Grausamkeit für sich genutzt. Das gebe ich offen zu. Durch Institut's Technologie wurden sein Leben und seine Nützlichkeit verlängert. Weit über das normale Maß hinaus. Er hat das Institut nie enttäuscht. Aber seine Grausamkeit wurde immer offensichtlicher. Ich gebe zu, es ist kein Zufall, dass sich eure Wege gekreuzt haben. Es schien passend, um dich... uns... Rache nehmen zu lassen. Wie kann ich dich noch beruhigen? Du leitest also das Institut? Ich bin der Direktor. Ja, dafür habe ich jahrzehntelang gearbeitet. Diese Verantwortung nehme ich sehr ernst. Das Institut ist wichtig. Es ist die größte Chance der Menschheit auf eine bessere Zukunft. Egal, was die da oben über uns denken. Sie brauchen deine Hilfe, Sean. Es geht da oben rau zu, Gelinde gesagt. Oh, das haben wir versucht. Überrascht? Das Institut wollte beim Aufbau einer stabilen Commonwealth-Regierung helfen. Das endete in Streit... Machtkämpfen. Eine Katastrophe. Wir kümmern uns jetzt um uns selber. Das Commonwealth hat nichts von uns zu befürchten. Das versichere ich dir. Was auch immer du gesehen oder gehört hast. Gib mir... etwas Zeit. Wie kann ich dich noch beruhigen? Deine Mutter... Sie hat dich nie aufwachsen sehen. Ja. Was mit ihr geschehen ist, war... Ich habe mir die Aufzeichnungen des Vorfalls angesehen. Anscheinend war ihr Tod ein bedauerlicher Kollateralschaden. Mhm. Hm. Sean. Sie hat dich geliebt. So sehr. Zweifellos. Ich besitze leider nur wenig Erfahrung mit diesen Gefühlen, da ich mein Leben im Institut verbracht habe. Viele Jahre lang fragte ich mich nie, wer meine Eltern waren. Ich akzeptierte meine Situation. Und das war's. Mit dem Alter kommen das Bedauern und die... Was wäre, wenn... Fragen. Jetzt zählt, dass du und ich die Chance haben, neu anzufangen. Es gibt noch mehr zu besprechen. Aber das Institut steht kurz vor einigen wichtigen Durchbrüchen. Deine Anwesenheit würden wir sehr schätzen. Ich war hier Teil von etwas Großartigem. Ich habe geholfen, ein Leben für mich und für die Leute hier im Institut aufzubauen. Und jetzt, nach all den Jahren, kannst du dabei helfen. Macht dich das nicht nur rückgierig? Ist es nicht das, was du willst? Ach du Scheiße, was? Was? Du willst, dass ich hier bleibe? Im Institut? Ja. Das ist mein Vorschlag. Ist das so schwer vorstellbar? Das Institut kann dir ein besseres Leben bieten, als du es auf der Oberfläche jemals haben könntest. Du warst doch im Commonwealth. Du hast gesehen, wie es da ist. Ich versichere dir, dass du es bei uns besser hast. Der will mich doch einwickeln, oder? Ich meine, das ist, das ist so krass einfach. Das ist natürlich immer noch unser Sohn. Aber, er ist älter als uns übrigens, äh, als wir. Nur so, by the way, was schon ziemlich krank ist. Ich verstehe zwar immer noch nicht, äh, irgendwie nicht, wie er so alt sein kann, wenn Kellogg ihn... Ich hoffe, du bist nicht zu überwältigt. Wobei Kellogg dasselbe Alter hatte, als da, wo er ihn mit zehn Jahren entführt hatte. Aber, naja gut. Also, wo wir ihn erschossen haben. Also, wie gesagt, das ist zwar immer noch unser Sohn, aber... Ich weiß nicht. Ich habe ja gesagt, dass, äh, dass die uns, äh... Das ist eine wirklich wichtige Sache. Ja, äh, dass, äh, uns jetzt gesagt wird, das ist voll super, das Institut und so. Aber, ja, da wäre ich mir gar nicht so sicher. Und hierbleiben ist natürlich, kommt natürlich außer Frage. Weil, ganz ehrlich, äh, das ist auch nicht der Sinn des Spiels, oder? Ja, also, im Institut bleiben? Hm. Ich hoffe, du bist nicht zu... Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich verstehe dich. Daher versuche ich dir zu helfen. Du erkennst hoffentlich, dass das Institut das Einzige auf dieser Welt ist, dem man sich anschließen kann. Ich bitte dich nur dem Institut, mir eine Chance zu geben. Eine Chance, dir zu zeigen, worüber ich dir erzählt habe. Wir haben für die Menschheit nur das Beste im Sinn. Wirst du es versuchen? Willst du das wirklich? Ja. Eine Zusammenarbeit würde uns beiden etwas bringen. Alter, ist das krass. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Ja sagen soll. Ich mach erst mal Weiß nicht. Ich weiß es nicht. Lass dir... Einfach Zeit. Gib dem Institut eine Chance. Das Institut ist jetzt dein und mein Zuhause. Nimm dir Zeit und lerne es kennen. Triff die Leute, mit denen du arbeiten wirst. Du solltest dich bei den Bereichsleitern vorstellen. Dr. Fillmore im Bereich Anlagen. Dr. Ayo im Bereich SEB. Und Dr. Holdren in der Biowissenschaft. Und schließlich Dr. Lee im Bereich fortschrittliche Systeme. Sie wissen über deine Ankunft Bescheid. Triff sie, dann besprechen wir das weitere Vorgehen. Ist das krass. Kann ich denn trotzdem noch raus aus dem Institut? Auch wenn ich mich dem jetzt anschließe, was sich schon sowas von krass anhört. Aber ich mein gut... Geht nicht. Also... Alter... Erstmal alles klauen hier. Alter, ist das... Ist das einfach krass, ey. Aber... Mit dieser krassen Entscheidung werde ich mich jetzt mal für die Folge verabschieden und sage, bis zum nächsten Mal. Inter patch. O... O... Ok. O... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020